Was geht ab, Freunde? Nahtfak am Start, back mit einem weiteren Handy-Video. Endlich wieder Zeit für Handy-Videos. Ja, Give-Away-Time heute Abend auf Twitch. Das wollte ich euch ankündigen. Es gibt wieder Dinge zu gewinnen von Assassin's Creed Valhalla. Unter anderem ein AC-Buch, eine AC-Köppel, eine Maske, eine Tasse. Kommt rein. Ich würde mich mega freuen, euch dort zu sehen. Übrigens, ja, ich habe ein bisschen umgewohnt. Dort, da seht ihr jetzt meinen Darth Vader und meinen Bläh-Button. Den seht ihr da. Würde mich freuen, wenn er vorbeikommt. 20 Uhr, twitch.tv, gleich fragen hat. Ansonsten, ich war heute zwei Stunden spazifizieren. Werde ich gleich nochmal weiter tun. Da habe ich hoffentlich heute meine 15, 20 Kilometer durch. Empfehle ich euch. Es ist wirklich gerade der beste Winter aller Zeiten. Vor allem für Assassin's Creed Fans. Die können jetzt draußen spazieren und dabei an AC denken, an Updates denken, die sie gerne hätten. Ja, hoffentlich kommt bald noch was. Aber heute Abend, 20 Uhr, wie gesagt. Giveaway auf Twitch. Stream sowieso. Und, ja, ein bisschen Fluchstraw-Abzug. Schauen wir mal. Und demnächst geht es dann weiter mit dem AC-Marathon. Da freue ich mich auch schon drauf. Bis später. Euer Peter. Und natürlich hier auch gerne die Glocke. Bis dann ja selber. Ciao. 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 . Ciao.